Himmel, Freunde, willkommen zu meinem Freund, mein Boss, willkommen zu meinem Video, meine Freunde, der will sich zwischen Ali Osman und Jenkins Filmfans werden immer ekliger, meine Freunde, es wird ja mal komisch, da Sachen werden geleakt und so, wann wollt ihr euch endlich treffen, Mann? Beendet die Scheiße endlich wie echte Männer, dann kann es vielleicht auch mal zu Gewalt führen, da gebt ihr euch vielleicht gegenseitig eine, aber da hat sich die Sache auch erledigt, Mann. Und nicht dieses ganze Gefeite hier, meine Freunde, gönnt euch doch einfach mal, verdammt nochmal. Und, boah, versteht das nicht, dass ihr euch einfach nicht gönnen wollt. Dann werdet ihr die Sache auch mal erledigt, Mann. Aber es ist hin und her, das ist nicht gut, Mann. Man muss seine Sachen klären, wie echte Männer, verdammt nochmal. Bruder, mein Boss, bietet euch die Plattform, aber ihr meldet euch aber nicht. Wir könnten zu längst Rehpappen oder bei den Palmen die Zeit veranstalten, aber ihr wollt nicht. Okay, dann halt nicht. Okay, meine Freunde, das war's, wie die Funde am Boss. Und wenn ihr euch gleich nicht vieles mal runtert, ciao, Mann.